Moin Leute was geht ab? Jetzt kommt zu einem Video. Heute gibt es einen Vergleich Mobile vs Call of Duty Waffen. Und ja, sorry dass kein Video so lange, dass vor 5 Jahren kein Video kamen, aber Ja, hatte zwar gerade keinen Bock was hochzuladen, aber jetzt habe ich mal wieder Bock. Und heute gibt es einen PUBG vs Call of Duty mit 3 verschiedenen Waffen. Let's go! Einmal haben wir diese Dessert Waffe. Ich schieße sie mal. Dann haben wir einmal die Scar. Und die SKS, die in Call of Duty gerade neu erschienen ist. So ist jetzt hier ein PUBG Mobile. Und jetzt switchen wir rüber zu Call of Duty. Das ist gleich heute. So Leute, jetzt sind wir in Call of Duty. Und jetzt testen wir mal diese Dessert Waffe. Pistole. Und ja, mal gucken, wie es in Call of Duty ist. Sehr anders auf jeden Fall. Und jetzt die SKS Leute in Call of Duty. Okay. Und zu guter Letzt diese Scar. Ja, moin. Und Leute, wenn euch dieses kurze Video gefallen hat, PUBG Mobile für das Call of Duty. Lasst gerne ein Like da. Bis zum nächsten Video. Tschau Leute. Tschau Leute. ups tschüss.